Hallo und herzlich willkommen zur 154. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hi Manuel. In dieser Folge haben wir Oliver Bolze zu Gast. Oliver ist Rechtsanwalt und hat sich auf die Themen Geldwäsche und Compliance spezialisiert. Vor diesem Hintergrund sprechen wir in dieser Folge über die Fragen, ob und in welchem Ausmaß Bitcoin zur Geldwäsche verwendet werden kann. Dabei gehen wir auch auf die spannenden Themenfelder Bitcoin-Mixer und Peer-to-Peer-Plattformen ein und möchten wissen, inwieweit man Gefahr läuft, sich mit dem Vorwurf der Geldwäsche konfrontiert zu sehen, wenn man entsprechende Dienste nutzt. Noch ein kurzer Hinweis auf die beiden Sponsoren des Podcasts und dann geht es auch schon los. Werbung Die meisten stellen sich ja irgendwann die Frage, wie man am einfachsten Bitcoin kaufen kann. Können wir da etwas empfehlen? Genau das ist der Punkt und für den einfachen und sicheren Kauf eurer Bitcoin können wir euch die Schweizer Bitcoin-App Relay empfehlen. Damit könnt ihr nämlich ganz einfach eure Bitcoin kaufen und verkaufen und das Ganze ohne Registrierung oder Verifizierung. Dabei habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Banküberweisung, Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay. Ihr kauft eure Bitcoin dabei direkt auf das in die App integrierte Wallet, sodass nur ihr im Besitz eurer Bitcoin seid. Und dank der einfachen Bedienung können wir Relay wirklich auch allen Einsteigerinnen und Einsteigern wärmstens empfehlen. Übrigens, mit unserem Rabattcode BTCverstehen erhaltet ihr zusätzlich 0,5% Rabatt auf euren Kauf bzw. auf euren Verkauf. Jetzt stellt sich aber die Frage, was kann ich tun, wenn ich meine Bitcoin langfristig und sicher aufbewahren möchte? Ja, da kommt nämlich unser zweiter Unterstützensspiel, nämlich Shift Crypto. Mit deren Hardware Wallet Bitbox02 könnt ihr dann eure größeren Bitcoin-Beträge langfristig und sicher aufbewahren. Durch die sehr einfache Bedienung und Einrichtung, den großen Fokus auf Sicherheit und den hilfreien Support bei euren Fragen ist die Bitbox02 für uns das perfekte Hardware Wallet. Und auch hier erhaltet ihr mit unserem Code BTCverstehen 5% Rabatt auf eure Bitbox02 in der Bitcoin-Only-Edition. Wir haben euch nochmals alle Informationen zu Relay und zu der Bitbox sowie den Rabattcodes in der Episodenbeschreibung zusammengestellt. Hallo Oliver, herzlich willkommen zum Podcast. Es freut uns wirklich, also wirklich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, hallo Jonas, hallo Manuel. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde das auch sehr cool, dass ihr euch gemeldet habt und ich die Chance habe, zu einem, denke ich mal, spannenden Thema ein bisschen was beitragen zu können. Ja, du hast es, das Wort spannend ist, glaube ich, genau das Richtige, die richtige Beschreibung für das Thema, weil es geht heute um Bitcoin-Geldwäsche, was ja auch in den Medien eigentlich so hoch geschossen wird wie kaum ein anderes Thema. Neben dem Thema Klimakiller-Bitcoin ist Geldwäsche so das erste Buzzword, was man so hört. Und deswegen haben wir gedacht, wir laden dich jetzt mal ein, um genau auf dieses Thema zu sprechen, zu schauen, was dahinter steckt. Du bist ja Rechtsanwalt, hast dich auf das Thema Geldwäsche auch spezialisiert, aber möchtest du vielleicht noch ein, zwei Wörter ganz kurz zu dir erzählen, wie du zu diesem Thema denn überhaupt gekommen bist? Sehr gerne, weil das ist, wie du schon sagst, ein etwas vielleicht abgefahrenes Thema und so bin ich auch auf das Thema Geldwäsche oder Geldwäscheprävention gekommen. Ursprünglich, also ich bin von Hause aus Volljurist, sprich ich habe zwei Staatssignal-Examina, arbeite auch als Rechtsanwalt und bis vor ungefähr zehn Jahren war mein Beratungsschwerpunkt Gewerblicher Rechtsschutz, also insbesondere Markt- und Wettbewerbsrecht. Und ich habe dann einmal, vielleicht eher versehentlich, ein Newsletter gelesen, was ich sonst nie mache, sonst lösche ich die immer. Und da bin ich auf das Thema Geldwäsche gestoßen, beziehungsweise auf das Wort Geldwäsche. Und ich habe das so gelesen, dachte Geldwäsche, das ist ja echt ein, also das Wort hat mich irgendwie elektrisiert und habe mich dann etwas näher damit beschäftigt und festgestellt, dass das damals vor zehn Jahren ungefähr ein Beratungsfeld war, was in der Juristerei noch nicht so wirklich präsent war. Das hat sich mittlerweile natürlich geändert, aber vor zehn Jahren ungefähr war das eher ein Randthema, aber und das verkümpft jetzt so ein bisschen das ganze Thema vielleicht auch mit privaten Interessen, ich interessiere mich grundsätzlich für, sagen wir mal, Themen, die mit Mafia zu tun haben, organisierte Kriminalität, Kartelle und ähnliches, also diverse Serien, die wir alle kennen, ob es Breaking Bad ist oder was weiß ich. Und so verknüpft sich letztendlich das, was ich jetzt beruflich schwerpunktmäßig mache, auch mit privatem Interesse, also immer von der positiven Seite aus gesehen, von der rechtlich korrekten Seite aus gesehen, nicht dass jetzt da der falsche Eindruck entsteht. Und so hat sich im Laufe der Jahre die Kanzlei zunehmend zu einer, würde ich sagen, Boutique entwickelt und wir sind mittlerweile eben ausschließlich im Bereich Geldwäsche-Compliance und solchen Compliance-Themen unterwegs. Ja, und das war eben, wie gesagt, ein Newsletter in der Mittagspause sozusagen, der mich dann zu diesem Thema gebracht hat. Und ja, wir haben das mit Eifer bearbeitet, wo war kein dieses Feld. Sehr gut, ja, freut uns natürlich umso mehr, dass du damals über den Newsletter gestolpert bist und jetzt heute hier bei uns zu Bitcoin und Geldwäsche sprechen kannst. Ja, Geldwäsche, Jonas hat es angesprochen, ist häufig in Verbindung, oder Bitcoin steht häufig in Verbindung mit Geldwäsche. Du hast es jetzt gesagt, Geldwäsche kennt man auch aus diversen Filmen, Mafia, oder kriminelles Milieu. Um vielleicht mal alle auf einen Nenner zu bringen, was ist denn Geldwäsche? Also ohne, dass du uns jetzt natürlich eine Anleitung gibst, wie man Geld wäscht, gibt es da eben diese grundlegenden Konzepte oder Techniken, wie wir sie aus den Filmen kennen, oder ist das mehr Film als Wahrheit? Fange ich mal vielleicht mit einem kleinen historischen Rückblick an. Also der Begriff Geldwäsche ist ja eigentlich schon mal relativ komisch. Geldwäsche, das ist so eine Wortschöpfung, die erstmal, wenn man sie auf der Zunge zergehen lässt, keinen Sinn macht. Also ich schmeiße kein Geld in eine Waschmaschine. Sondern es lässt sich wohl geschichtlich zurückverfolgen auf den Herrn El Capone, Chicago der 1920er Jahre, der aufgrund seiner kriminellen Tätigkeiten, also insbesondere Verkauf von Alkohol, damals galt die Prohibition, also Alkohol war verboten, zu enormen Reichtum gekommen ist. Und dieses Geld, was er verdient hat, damit hatte er ein Problem. Es war unversteuertes Geld. Und die Steuerbehörden waren hinter ihm her und haben eben versucht, ihn, weil sie wegen seiner anderen Taten nicht habhaft werden konnten, haben sie versucht, ihn eben dann wegen Steuerdelikten sozusagen vor den Richter zu ziehen. Und dann hat er sich überlegt, was mache ich jetzt mit diesem ganzen Geld, was ich jetzt illegal erwirtschaftet habe, was also einen sogenannten inkriminierten Hintergrund hat. Ich muss es irgendwie in den legalen Wirtschaftskreislauf einspeisen können. Und hat dann ganz simpel Waschsalons gegründet. Waschsalons sind bargeldintensive, ist ein bargeldintensives Geschäft. Und so war es ihm eben möglich, dass er das Geld, was er aus illegalen Geschäften erwirtschaftet hat, vermengen konnte mit Geld, was er aus Einnahmen erzielt hat, die aus den Waschvorgängen starten, über die Waschsalons. Und das Geld, was er darüber erwirtschaftet hat und vermengt hat mit dem illegalen inkriminierten Geld, das konnte er letztlich sozusagen rausziehen aus diesem Unternehmen und den Steuerbehörden eine scheinbar weiße Bluse vorweisen. Also das Geld hat einen legalen Hintergrund. Und so letztendlich kann man Geldwäsche auch beschreiben. Der Geldwäschevorgang hat letztendlich drei Vorgänge. Einmal brauche ich eben Geld, was aus einer inkriminierten Quelle stammt. Also sprich, alles das, was man so kennt. Drogenverkauf, Waffenverkauf, Prostitution, Steuerhinterziehung. Also da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Dieses Geld, mit dem kann ich erstmal nichts anfangen. Das muss jetzt irgendwie so vermengt werden mit anderen Vermögenswerten sozusagen, etwas untechnisch jetzt formuliert, dass ich am Ende des Tages die Spur verbischen kann. Und das, was ich da rausziehe, das kann ich dann in den legalen Wirtschaftskreislauf einspeisen, indem ich mir ein Immobilien kaufe, indem ich mir ein Auto kaufe, indem ich in Unternehmensanteile investiere und so weiter und so fort. Okay, das ist also für mich, also ich bin hier der Nicht-Jurist im Raum, so gesehen, war für mich zum Beispiel einfach mal die Definition von Geldwäsche sehr interessant, weil ich glaube, die meisten eigentlich gar nicht wissen, worum es denn bei dieser Geldwäsche überhaupt geht. Und ich frage mich jetzt zum Beispiel dabei natürlich auch, du hast jetzt ein paar Sachen erklärt, wie das Ganze aussieht, aber ist das denn auch irgendwo in dem Gesetz, in dem Recht auch genauso dargestellt oder wie wird das da, wie ist das da niedergeschrieben, weil irgendwann müssen ja auch Anwälte und Richter darüber entscheiden. Also gibt es da so eine Art, wie eine Art Checkliste, die man durchgehen kann? Ähm, ja, es gibt, also die Geldwäsche findet sich im Grunde genommen in zwei wesentlichen Gesetzen oder der Geldwäschetatbestand als solcher ist ein Straftatbestand, der findet sich gegen Strafgesetzbuch. Dort ist legal definiert, wie Geldwäsche aussieht, was sozusagen strafbare Vortaten einer Geldwäsche sind und was Geldwäsche letztendlich bedeutet. Das findet sich alles im Strafgesetzbuch. Dann gibt es noch das sogenannte Geldwäschegesetz. Das Geldwäschegesetz ist eher ein Aufsichtsgesetz. Das bedeutet, nach dem Geldwäschegesetz gibt es Unternehmen, die verpflichtet sind, bestimmte Sorgfaltspflichten einzuhalten, die auch von der jeweils zuständigen Aufsicht, also im Finanzsektor ist es beispielsweise die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und im Nichtfinanzsektor sind es entsprechende Berufskammer, die dafür Sorge tragen, dass Unternehmen, die zu der Verpflichtung nach dem Geldwäschegesetz gehören, auch entsprechend ihren rechtlichen Vorgaben nachkommen. Und das wird auch stichprobenartig, wird das kontrolliert. Das prüft auch die Aufsicht. Aber der eigentliche Tatbestand Geldwäsche findet sich im Strafgesetzbuch. Dort ist das Ganze auch legal definiert. 261 StGB, wer es nachlesen möchte. Kann man im Endeffekt, wie Jonas gesagt hat, es gibt so eine Art Checkliste, die hakt man ab und dann hat man zumindest den objektiven Teil des Tatbestands erfüllt, ohne zu tief ins Detail zu gehen. Und wenn man dann eben feststellt, ja, alles liegt vor, muss man sich an die eigene Nase fassen und sagen, huch, jetzt habe ich wohl den Geldwäschetatbestand erfüllt, objektiv. Genau. Also wenn ich den Geldwäschetatbestand als Checkliste sehe, dann sollte ich echt vorsichtig sein. Ja, berechtigter Einwand. Genau. Wie ist es denn deiner Erfahrung nach mit Bitcoin? Wie viel Wahrheit steckt in der Aussage? Also jetzt aus deiner beruflichen Watte, Bitcoin wird ohnehin nur von Kriminellen verwendet. Kannst du das so bestätigen oder würdest du da sagen, es ist eigentlich nicht richtig? Ähm, sagen wir mal so. Nein, also die Aussage so ist definitiv nicht richtig. Also Bitcoin oder Kryptowährungen im Allgemeinen werden natürlich auch zur Geldwäsche missbraucht. Das liegt einfach an diesen digitalen Währungen grundsätzlich. Die haben eben im Grunde genommen drei wesentliche Komponenten. Sie sind global handelbar, weitestgehend anonym, also vollständig Anonymität ist kaum herzustellen, aber weitestgehend anonym und dezentral. Und das ist das, was für Geldwäscher vielleicht auch so attraktiv ist, warum sie auch mit Kryptowährungen agieren. Aber natürlich ist der Großteil derjenigen, die mit Kryptowährungen agieren, nicht im kriminellen Milieu unterwegs. Das muss man ganz klar sagen. Es ist ja auch so, dass nicht jeder, der mit Bargeld tägliche Geschäfte tätigt, zwingend ein Krimineller ist und das Bargeld deshalb im Verwurf gerät. Sondern es gibt immer wieder schwarze Schafe, die versuchen natürlich das, was ich eingangs sagte, den kriminellen Hintergrund ihrer Vermögenswerte zu verschleiern. Da sucht man sich eben Möglichkeiten, wie das am besten geschieht. Und das ist eben zum einen über das Bargeld. Da kann ich nicht nachvollziehen, wenn ich das irgendwann ausgegeben habe, woher das denn kam. Dann habe ich, sei denn als verpflichtetes Unternehmen, habe ich meinen Sorgfaltspflichten genügt und geprüft, mit wem ich es zu tun habe. Aber grundsätzlich ist der Wechsel vom Bargeld erst einmal anonym. Und ähnlich ist es im Bereich Kryptowährungen. Ich kann, wenn ich es darauf anlege, kann ich damit relativ anonym agieren. Ja, aber alle die, die anonym agieren, sind nicht zwingend dem rechtlich kritischen Milieu zuzuordnen. Also insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass der Umgang mit Kryptowährungen hochproblematisch ist und man mit einem Bein im Gefängnis steht. Es kommt immer darauf an, mit wem ich mich auch einlasse. Also ich meine, ich kann mich mit Dienstleistern einlassen, die in Deutschland registriert sind, die deutschen Aufsicht unterliegen. Dann bin ich absolut auf der sicheren Seite. Wenn ich mir jetzt aber Dienstleister aussuche, die irgendwo in fragwürdigen Destinationen sitzen, dann gehe ich zum einen das Risiko ein, dass meine Bitcoins, meine Währung vielleicht weg ist durch Betrug beispielsweise, Digital, oder aber eine Plattform geschlossen wird von irgendwelchen Aufsichtsbehörden. Beispielsweise die amerikanischen Aufsichtsbehörden sind da im Moment sehr vehement unterwegs, um da auch diesem Wildwuchs ein Stück weit Einhalt zu gebieten. Aber das Risiko ist jeder für sich selber eben einschätzen. Ja, du hast jetzt schon angesprochen, dass ja Bitcoin ist nicht anonym. Viele denken immer noch, es wäre anonym, aber wir haben ja im Podcast jetzt auch schon häufiger darüber gesprochen, dass es eben, es ist nachverfolgbar. Die Blockchain ist sehr transparent im Gegensatz zum Bargeld. Wie du gesagt hast, wenn ich dir jetzt 5-Euro-Schein gebe, kann niemand überprüfen, ob ich sie gegeben habe, wo der herkommt. Aber welche Gründe gibt es denn, warum es trotzdem Menschen gibt, wahrscheinlich, oder Kriminelle gibt, die Bitcoin denn für diese Geldwäsche oder auch, um einfach Spuren zu verwischen, verwenden. Also es muss ja anscheinend dann doch irgendwie eine kleine Möglichkeit geben oder einen Vorteil von Bitcoin geben. Ja klar, das liegt im Grunde genommen in diesem System. Also ich habe, das ist ja auch dafür geschaffen worden, dass ich im Grunde genommen mit einer digitalen Währung, bleiben wir mal beim Bitcoin die Möglichkeit habe, letztendlich zu verwischen, wem jetzt sozusagen ein digitales Vermögen gehört. Und ich habe die Möglichkeit, dadurch, dass es auch eben dezentral läuft, global, ich sehr schnell auch Vermögen verschieben kann, verwischen kann. Und da haben wir im Grunde genommen, haben wir ja die drei Tatbestände wieder. Das heißt also, ich brauche die Möglichkeit, dass ich sozusagen kriminell erwirtschaftetes Vermögen, sei es zum Beispiel auch, dass ich über einen Hack mir Bitcoins sozusagen rechtswidrig angeeignet habe, brauche ich wiederum Dritte, über die ich diese Bitcoins sozusagen tauschen kann, weiterleiten kann, dass ich am Ende des Tages irgendwo auf diesem Planeten aus diesem Netzwerk herausziehen kann und in die reale Wirtschaft investieren kann. Und da bietet sich natürlich eine kryptische Währung im Grunde genommen an, weil die technischen Möglichkeiten, soweit ich das jetzt beurteilen kann, also ich bin jetzt an der Sichtweise vielleicht jetzt kein ITler, der das en Detail schildern kann. Da seid ihr wahrscheinlich näher dran. Aber dass die technischen Möglichkeiten ich mir zu eigen machen kann, dass ich eben über eine zumindest Pseudonymisierung quasi verschleiern kann, von wem jetzt das Vermögen letztendlich kommt und wer es erhält. Und das ist das, was es dann auch eben für kriminelle attraktiv macht. Ja, Pseudonymisierung ist genau das Richtige. Also man kann ja Bitcoin kaufen, ohne dass du dich erkenntlich zeigen musst, dass du dich erkenntlich machen musst. Und dann stehen sich halt Nummern im Endeffekt gegenüber, die Werte austauschen. Und wenn man Bitcoin aus dieser Watte betrachtet, dann könnte es natürlich lukrativ sein, um eben Gelder zu verschieben, wie du gesagt hast. Auf der anderen Seite sind diese Transaktionen ja offen einsehbar und auch dauerhaft nachverfolgbar. Das heißt, das Risiko bestünde ja immer für einen Kriminellen, egal aus welchem Metier, dass irgendwann diese Pseudonymität aufgedeckt wird. Und dann kann man rückwirkend ja alles nachverfolgen und sagen, und jetzt haben wir die noch hier rangekriegt und hier rangekriegt. Also es ist ja schon ein gewisses Risiko. Und vor dem Hintergrund dann vielleicht die Frage, ist es dann ein Stück weit auch Unwissenheit bei den Kriminellen, die Bitcoin verwenden? Oder sagen die, das Risiko besteht? Aber das nehmen wir jetzt mal in Kauf, weil so weit ist die Strafverfolgung noch nicht. Die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo in der Mitte und da mir so ein Stück weit die kriminelle Fantasie abgeht, kann ich das en detail nicht beantworten. Aber so wie ich das sehe, ich meine, wir reden ja über, diese Pseudonymisierung bedeutet, dass ich sozusagen, wenn ich an meine Währung herangehen möchte, ich meinen privaten Schlüssel dafür benötige, den ich im Rahmen der Bitcoins eben angelegt habe. Ich habe einen öffentlichen Schlüssel, davon hast du gerade gesprochen, der ja in der Blockchain sozusagen hinterlegt wird. Und darüber lässt sich auch eine Transaktion nachvollziehen. Aber ich habe immer noch einen privaten Schlüssel, der dann mir direkt zugeordnet werden kann. Und solange ich diesen Schlüssel nicht verwende, bleibt es bei diesem Public Key, bei dem öffentlichen Schlüssel und eine Transaktion kann bis zu einem gewissen Punkt nachverfolgen werden, aber dann nicht mehr weiter. Das heißt also, ich benötige, wenn ich sozusagen Vermögenswerte, also inkriminierte Vermögenswerte in diesen Bitcoin-Kreislauf einspeisen will, kann ich mich Dritter zum Beispiel bedienen, die nichts davon wissen. Ich kann über einen Computer hacken und kann eine andere Identität annehmen, wie auch immer. Wie auch, wenn ich mir das Ganze auszahlen lassen möchte, kann ich mich auch Dritter bedienen, die sozusagen die Bitcoins dann wieder in in ein reales Geld umwandeln, sozusagen. Aber bis dahin, in diesem Prozess, bleibt es relativ anonym. Und solange ich nicht mein Private Key sozusagen einsetze, sodass dann der Anknüpfungspunkt an die reale Welt möglich ist, solange bin ich relativ sicher und je mehr ich Transaktionen tätige, also sprich, je mehr ich die Coins sozusagen global verschiebe und mich weiterer Dienstleister bediene, beispielsweise irgendwelche Mixing-Dienste oder wie auch immer, dann bin ich relativ safe. Und je mehr ich sozusagen Transaktionen tätige, desto schwieriger wird das ja auch, das ist ja auch klar für Strafverfolgungsbehörden, dieser, ich sage es jetzt mal etwas und technisch gesprochen, Papierspur zu folgen. Und das macht es natürlich eben auch so aus. Also wenn man sich überlegt, ich meine, ich habe jetzt irgendwo eine Statistik gelesen, dass im Jahr 2022 circa 23 Milliarden Dollar über Kryptowährungen gewaschen worden sind, dann ist das schon eine Größenordnung, die man durchaus ernst nehmen sollte. Definitiv. Und das sind ja eben auch jetzt so die Bestrebungen, national wie international, dass man zumindest mal, was die Dienstleister angeht, die sozusagen die Gatekeeper für das reale Leben sind, dass man die reguliert. Dass man da eben hinschaut, was machen die eigentlich? Mit welchen Kunden haben die es zu tun? Dass man denen eben gewisse Pflichten auferlegt, sogenannte Sorgfaltspflichten auferlegt, dass die eben sich genau angucken, wer sind meine Kunden, wer hat bei mir eine Wallet, wer, wem zahle ich jetzt hier oder transferiere ich etwas weiter, dass das eben geprüft wird. Und da sind wir, glaube ich, in Deutschland schon relativ weit. Und europaweit wird sich da noch einiges tun in Zukunft, definitiv. Ich habe nur einen Nachfrage zu den 23 Milliarden. Hast du da ein Verhältnis zu einem anderen Objekt, also andere Geldwäschekonzepte, wo man das einordnen kann? Es ist jetzt viel, es ist wenig, weltweit gesehen. Sagen wir mal, im Vergleich, wir reden, was Geldwäsche global angeht, beträgt das Volumen circa 4,8 Prozent des globalen Brutto-Brutto-Innenlandsvolumens ungefähr. Das ist eine Zahl, die liegt, ich weiß nicht, also die ist weitaus, weitaus größer. Also wenn man sich überlegt, vielleicht mal mit einer anderen Zahl, um das ein bisschen auch wieder einordnen zu können. Allein in Deutschland geht man davon aus, dass 100 Milliarden Euro, es gibt diverse Studien, eine hat ungefähr so geschätzt, errechnet, kann man es ja nicht wirklich, weil sich alles im dunklen Bereich stattfindet, dass circa 100 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland gewaschen werden. Und wenn man sich überlegt, dass der Schattensektor, Schattenfinanzsektor, alles das, was am Start vorbei erwirtschaftet wird, bei circa 400 Milliarden pro Jahr in Deutschland liegt, hat man vielleicht so ein paar Bezugsgrößen, das ein bisschen einordnen zu können, was das global bedeutet. Aber die Zahlen steigen. Also das ist die Zahl, die ich jetzt vorhin genannt habe, mit den 23 Milliarden ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Zuwachs von 68 Prozent. Das bedeutet, je weiter diese Technik voranschreitet und je mehr sich damit auch besser auskennt, desto mehr muss man auch damit rechnen, dass tatsächlich auch an, sagen wir mal, rechtlich äußerst fragwürdigen Geschäften über Cryptocurrencies, also Crypto-Währungen, abgewickelt werden. Noch eine Nachfrage zu den 23 Milliarden. Das war jetzt Crypto-Währungen generell, nicht nur Bitcoin explizit, oder? Ja, ja, Crypto-Währungen generell. Ja, genau. Also ich, wie gesagt, wenn wir hier irgendwelche Namen nennen, dann ist das jetzt nur exemplarisch, also das ist halt jetzt kein konkret Bezug, das klarzustellen. Du hast gerade eine Art Service angesprochen, auf die wir gerne näher eingehen würden, nämlich diese Mixer, Mixing-Services. Das passt auch ganz gut, finde ich, zu den Waschsalons, zu dem Bild, weil im Endeffekt ist es auch so, bei den Mixern werfen auch alle ihr Geld rein und am Ende kommt eben das gleiche Geld abzüglich einer kleinen Gebühr raus. Und jetzt steht mir natürlich vor der Frage, wie betrachtet man die Mixer? Man kann es natürlich aus, ich sage mal, krimineller Sicht betrachten und sagen, ist ja super, ist genau das gleiche wie die von dir beschriebenen Waschsalons. Man kann es aber auch aus einer Sicht betrachten von ganz normalen Nutzern, die vielleicht sagen, mir ist meine Privatsphäre einfach sehr wichtig und ohne kriminellen Hintergedanken möchte ich einfach schauen, dass letztlich niemand weiß, wie viel Geld ich auf irgendeiner Adresse habe und dem kann ich nachkommen, indem ich sage, ich durchlaufe jetzt diesen Mixing-Prozess und am Ende kommt eben wieder was raus. Und ich weiß für mich, das weiß jetzt ich und sonst weiß es niemand. Also die Privatsphäre auf der anderen Seite. Wie kann ich denn sicher sein, dass ich nicht Gefahr laufe, irgendwie in den Geldwäsche-Verdacht zu kommen, nur weil ich diese Services nutze? Kannst du nicht sicher sein. Du kannst aber das Risiko ein Stück weit minimieren, indem du dir vorher anschaust, mit welchen Mixers Dienstleistungen, mit dem Service du es zu tun hast. Das meinte ich ja vorhin. Also wenn man sich mit Dienstleistern im Finanzsektor, sich auf Dienstleistungen im Finanzsektor einlässt, dann sollte ich halt vorher mal mir anschauen, wo hat der seinen Sitz zum Beispiel. Gibt es irgendwelche Rezensionen? Gibt es irgendwelche Kundenbewertungen schon? Also da gibt es zig Möglichkeiten, wie man sich einfach im Vorfeld, wie man das auch grundsätzlich im Leben machen sollte, wenn ich mich mit jemandem beschäftigt tätigen möchte, informiere ich mich halt im Vorfeld mal darüber, mit welchem potenziellen Geschäftspartner habe ich es eigentlich zu tun. Und genauso ist es mit diesen Dienstleistern auch. Also ich wäre vorsichtig, wenn ich jetzt einen Mixing Service aus, was weiß ich, einem Staat nehme, dessen regulatorischen Voraussetzungen, was Geldwäscheprävention und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung angeht, vielleicht eher lax aufgestellt ist, als jetzt Staaten in Europa zum Beispiel. Also obwohl wir in Deutschland auch mitunter immer wieder die Diskussion haben, ob Deutschland Geldwäscheparadies sei. Aber wir haben zumindestens mal mit der BaFin, mit der Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor und alle die, die in dem Bereich Kryptowährung unterwegs sind, unterliegen der Aufsicht der BaFin, eine sehr starke Aufsichtsbehörde, die ihren Job auch ernst nimmt und auch prüft. Und deshalb kann ich nur empfehlen, dass man sich dann für solche Services, Mixer-Service beispielsweise, mit Dienstleistern anlässt, die eben einen seriösen Hintergrund haben. Nur so kann ich halbwegs sicher sein, dass ich nicht, wenn ich meine Bitcoins mit anderen Bitcoins mische, vermenge und dann wieder was zurückbekomme, dass ich dann irgendwo bei strafrechtlichen Ermittlungen mit ins Schlag gerate. Verhindern werde ich es nie, wenn ich da unterwegs bin, weil ich weiß ja nicht, wer noch so seine Coins mischen möchte. Das ist ja gerade das Ziel dahinter, dass man eben ein Stück weit Anonymität herstellen möchte. Die Anonymität, die ich für mich selber in Anspruch nehme, werden sie vielleicht aus anderen Gesichtspunkten in Anspruch nehmen. Also werde ich es nie ausschließen können. Aber letztendlich sind wiederum dann die Dienstleister dafür verantwortlich, wer meine Dienstleistung in Anspruch nimmt. Und die Dienstleister müssen prüfen. Die gehören zu den sogenannten Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz und die prüfen, wer jetzt meine Dienstleistung, meinen Service in Anspruch nimmt. Und da hat dann eben auch die Strafverfolgungsbehörde die Möglichkeit, da mal genauer hinzusehen, wer dann hinter irgendwelchen Bitcoins steht. Und im Übrigen werden die, die tatsächlich mit kriminellen Absichten agieren, sich dann eben auch anschauen, wie sie sich für andere Dienstleister entscheiden. Also so dreht sich vielleicht die Spreu vom Weizen etwas. Aber da ist noch so viel im Fluss, auch gerade was die Regulatorik angeht und was Gesetzgebung angeht und Rechtsprechung angeht, dass es im Moment schwierig ist, da klare Tendenzen aufzuzeigen. Fakt ist jedenfalls, dass die regulatorischen Vorgaben in Deutschland und in Europa insbesondere eher mehr als weniger werden, bedeutet für die, die in Deutschland bzw. im europäischen Raum mit Bitcoins handeln und agieren, weitestgehend sicher sein können. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles etwas mit Vorbehalt gesprochen. Ich habe da nur eine Nachfrage noch, oder erst mal eine Nachfrage. Das heißt also, so ein Mixing-Service selbst, die Nutzung davon ist erst mal nicht strafbar, wenn ich weiß, dass die Bitcoin, die ich bekommen habe, aus einem legalen Transaktion, wo auch immer hergekommen ist, die wird erst dann strafbar, wenn ich eben diese Geldwäsche-Tatbestände habe, dass ich zum Beispiel Drogen handele etc. Dann mache ich mich strafbar, weil viele trotzdem Bitcoin-Mixer direkt schon automatisch mit Geldwäsche zusammensetzen. Nö, für Geldwäsche brauche ich immer eine strafbare Vortat. Wenn ich Bitcoins habe, die absolut sauber sind, dann spricht nichts dagegen, auch einen Mixer zu nutzen, um eben dann aus vielleicht persönlichen Gründen, wie auch immer, also vielleicht mit einem anderen Beispiel übergesprochen, in Zeiten der Finanzkrise haben die Leute, also 2009 fingen die Leute plötzlich, an Teil ihrer Vermögen, den Banken abzuziehen und in Edelmetall beispielsweise zu investieren, in der Hoffnung, in der Annahme, dass ich, wenn ich jetzt mir einen Goldbarren kaufe, ich sicherer aufgestellt bin und dann eben beim Erwerb eines solchen Goldbarrens manchmal nicht ganz verstanden habe, warum der Edelmetallhändler jetzt eine Identifizierung herbeiführen muss, mit wem habe ich es jetzt hier eigentlich zu tun, aber die Motivation war dieselbe, weil ich einfach möchte, dass nicht jeder weiß, wie viel Vermögen ich habe und auch eben dem staatlichen Zugriff, weil man nie weiß, die Balkenkrise hat es gezeigt, dem staatlichen Zugriff aus Gründen der Sicherheit entziehen möchte, so und das ähnliche wird auch, die ähnliche Motivationslage wird vielleicht auch über solche Mixing-Services stattfinden, zum Beispiel, und deshalb ist das nicht per se illegal. Problematisch wird es immer nur dann, wenn ich Kenntnis davon habe, dass das, was ich jetzt einem Mixing-Dienst zuführe, möglicherweise einen inkriminierten, also sprich einen bemakelten, einen kriminellen Hintergrund haben könnte, und das ist insbesondere in solchen Fällen zu sehen, wo ich mich als wildfähiges Werkzeug sozusagen für Dritte einsetzen lasse, die mir den Auftrag erteilen, richte du jetzt meinen Account ein und trade jetzt mal die Bitcoins über einen Mixer. So, dann fängt es an problematisch zu werden. Dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, wer sich auf so etwas einlässt, darf sich später auch nicht beschweren, wenn dann tatsächlich die Strafverfolgungsbehörden das an anderer Stelle irgendwo herausbekommen haben und dann plötzlich vorausstehen. Das sollte man eben wissen. Ja klar, also wenn man sich wissentlich da vor den Karren spannen lässt, sollte man nicht überrascht sein, wenn auf einmal die Polizei oder die Staatsanwaltschaft klingelt. Das ist nachvollziehbar. Du meintest ja gerade, wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn ich das Geld, also wenn ich mein Euro tausche gegen Bitcoin bei einer regulierten Börse, muss ich mir keine Sorgen machen, dann kann ich das in den Topf werfen, mixen, rausziehen. Sehr wahrscheinlich ist es in Ordnung oder ich muss nicht diese Befürchtung haben, dass eben bei mir die Polizei vor der Tür steht. Jetzt gibt es ja noch die Möglichkeit, Bitcoin von Person zu Person zu kaufen. Ich kenne mein Gegenüber letztlich nicht. Wenn wir uns irgendwie in Person treffen, Jonas und ich, ich gebe Jonas 100 Euro, er gibt mir den entsprechenden Gegenwert, weiß ich nicht, was es mit dem Bitcoin auf sich hat. Wenn ich das im Internet mache, da gibt es auch Dienstleister der Webseiten, die das eben anbieten, dass mir zwei Personen, zwei natürliche Personen gegenüberstellt und sagt, Person A schickt Bitcoin, Person B schickt Euro. Da weiß ich ja nicht, woher hat derjenige das Geld? Würde dieser Umstand ausreichen, um die ganze Sache anders zu beurteilen, dass es dann doch so einen negativen Beigeschmack hat, dass da vielleicht dann eher nachgeforscht wird von Strafverfolgungsseite oder sagst du, der Umstand allein kann immer noch nicht ausreichen, weil wir eben bei dieser Checkliste in Anführungszeichen nicht nur die objektive Seite haben, sondern auch die subjektive und zumindest die würde ja fehlen. Genau, aber vielleicht, um es etwas einfacher zu machen, transportieren wir doch mal gratis Skizzierte ins reale Leben. Reden wir jetzt nicht von Bitcoins, reden wir doch einfach mal von Geld. Wir zwei treffen uns jetzt und wir machen ein Geschäft, weil ich dir meinen alten VW verkaufen möchte und du kommst mit 20.000 Euro im Bar um die Ecke. Dann habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich vertraue dir und sage, ja, du hast wirklich fleißig gearbeitet, du hast dir das verdient, du hast dir das erspart, ich kenne dich, das Geld ist für mich alles sauber. Ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dass dieses Geld einen inkriminierten Hintergrund haben könnte. Ich verkaufe dir das Auto. Alles gut. Wenn ich aber anhand weiterer Faktoren das Gefühl haben könnte, irgendwas stimmt hier nicht, dann überlege ich mir das zweimal, ob ich das Geschäft mit dir tätige oder eben nicht. Wichtig ist noch, ich habe keine Verpflichtung nach dem Geldwäschegesetz jetzt hier irgendwelche Sorgfaltspflichten zu erfüllen, sondern dann sind wir tatsächlich im Bereich des Strafgesetzbuches unterwegs, wo ich mich gegebenenfalls zur Beihilfe oder Mittäterschaft einer Geldwäsche machen könnte, wenn ich sozusagen, obwohl ich Anhaltspunkte hätte, das mit dem Geld oder bleiben wir jetzt wieder bei den Cryptocurrencies, mit den Bitcoins, irgendwas nicht stimmt, ich das Geschäft trotzdem tätige. dann darf ich mich später auch nicht beschweren, wenn die Strafverfolgungsbehörden in einem anderen Zusammenhang tatsächlich bei mir an die Tür klopfen und fragen, was war das hier für ein Geschäft, wo kommt die Bitcoins denn her, hättest du das nicht sehen müssen, dann fängt es an problematisch zu werden. Und das ist deshalb, also dieses Thema Cryptocurrencies, Bitcoins, kann man durchaus vergleichen, stückweit auch mit dem Fiat-Geld, also sprich mit dem Geldschein, die ihren Besitzer wechseln. Ich kann das alles machen, kein Problem, solange ich davon ausgehen kann, das ist in Ordnung. Wenn ich aber Anhaltspunkte habe, die so einen Verdachtsmoment ergeben könnten, dann überlege ich mir zweimal, ob ich ein Geschäft tätige, ja oder nein. Genau, da fällt mir jetzt aber ein Punkt ein bei dem Bargeld, du hast ja recht, aber dem Bargeld sehe ich es ja nicht an. Und es gibt natürlich auch den Punkt bei Bitcoin, also ich sehe den Bargeld nicht an, wo es herkommt, das kann ich ja nicht nachverfolgen. Bei Bitcoin funktioniert ja und das eine ist jetzt zum Beispiel, du verkaufst mir jetzt dein Fahrrad oder andersrum, dann gehen wir ja direkt in Transaktionen ein und ich weiß auch, dass du zu mir kommst zum Beispiel. Was ist aber in dem Fall, dass ich jetzt, ich habe jetzt, ich kann ja auch für Bitcoin arbeiten gehen, ich kann ja auch meine Dienstleistung betreiben oder wir haben jetzt zum Beispiel Spenden, die wir für Bitcoin bekommen. Da wissen wir ja nicht, wer diese Person auf der anderen Seite ist. Also jetzt mal ein reines Beispiel, jemand spendet uns 0,5 Bitcoin. Also macht das jetzt niemand. Aber da wissen wir ja nicht, wo es herkommt und plötzlich kommt die, klingelt bei uns die Polizei oder die Strafverfolgungsbehörde und sagt übrigens, dieser halbe Bitcoin kam aus diesem Hack. Haben wir dann ein Problem oder wie können wir uns davor schützen? Also wie funktioniert das Ganze dann? Nö, ein Problem habt ihr erstmal nicht, weil es ist eine Spende, der Spender bekommt nichts zurück. Er hat nichts davon. Also da ist der Tatbestand der Geldwäsche schon gar nicht gegeben, weil Geldwäsche bedeutet ja, dass ich kriminelles Vermögen wechsle sozusagen unter ein bisschen Discount in legales Vermögen. Wenn ich spende, fließt der 0,5 Bitcoin euch zu, das war's. Es gibt keine Gegenleistung dafür. Und im Übrigen, die Gegenleistung, welche soll die denn sein? Eine Dienstleistung, ein Produkt stellt ihr nicht her. Also da fehlt es schon im Prinzip einem Geldwäschetatbestand. Insofern seid dankbar, bedankt euch artig und hofft, dass es alles so gut geht. Aber das wäre kein Geldwäsche-Fall. Insofern, also wenn euch jemand was spendet, ist gut. Es sei denn, der Spender, dann fängt es wieder problematisch zu werden. Der Spender kommt später auf euch zu und sagt, oh, da ist mir ein Missgeschick passiert. Ich wollte es euch gar nicht spenden, sondern ich wollte es einem anderen Unternehmen spenden oder einem anderen Projekt wie eure spenden. Bitte transferiert mir diesen 0,5 Bitcoin zurück. Dann fängt es an, wieder interessant zu werden, weil dann haben wir den nächsten Transaktions-Tatbestand sozusagen, wo sozusagen ein wieder, quasi derjenige, der den Bitcoin jetzt wieder empfängt, sagen kann, ja, ich habe die von den von Jonas und Manuel bekommen. Der hat eine blütenreie im Hintergrund, alles safe. Das fängt dann an, da sollte man dann hell durchwimmen. Ich würde gerne an zwei Sachen anknüpfen, die du gesagt hast. Einmal an deinen VW-Beispiel und dann einmal an den Discount, den du gerade angesprochen hast. Wenn jemand, ich möchte meinen VW-Bus verkaufen, ich weiß, der Marktwert ist irgendwo 5.000 Euro oder keine Ahnung wie viel, 10.000 Euro und dann kommt jemand auf mich zu und sagt, hier, ich gebe dir 50, reden wir nicht weiter drüber. Dann weiß ich für mich natürlich, vielleicht ist das Geld irgendwie bemarktet. Bei den Peer-to-Peer-Plattformen, die wir vorher kurz angesprochen haben, es ist auch häufig so, dass man ein kleines Premium bekommt als Verkäufer, das sind meistens, weiß nicht, 2, 3, 4, 5 Prozent oder eben als Käufer etwas weniger Bitcoin bekommt wie der Marktpreis einer vergleichbaren Börse. In der Bitcoin-Welt gehen wir davon aus, dass dieses Premium oder dieses weniger Bitcoin, und was man als Käufer bekommt, eben der Preis dafür ist, dass man von Person zu Person kauft. Gleichzeitig geht es ja aber schon ein Stück weit in die Richtung, wird etwas überspitzt bei den VW-Beispielen mit 10.000 zu 50.000, weil ich bekomme ja mehr Euro dagegen. Hast du da Erfahrungswerte, ob dieser Umstand ausreicht, dass man wachsam sein sollte oder ist es eben marktüblich, dass es da einen gewissen anderen Marktpreis eben gibt für Bitcoin von Person zu Person im Vergleich zu für Bitcoin von Börse zu Person. Das ist eine gute Frage. Vielleicht antworte ich mal zunächst einmal mit einer Gegenfrage. Da seid ihr ja näher dran. Ich weiß, wer mein Vertragspartner ist, weiß ich, mit wem ich es zu tun habe, wenn ich Bitcoins kaufe. Nee, du kannst halt im Endeffekt auf den Plattformen als Ver... Fangen wir mit dem Käufer an. Als Käufer sagst du, ich möchte Bitcoin kaufen, stellst ein, was du bereit bist zu zahlen und das kann man eben fix einstellen oder sagen Marktpreis plus x, plus kleines x. Als Verkäufer kannst du es umgekehrt handhaben und sagen, ich möchte Bitcoin verkaufen, Preis ist folgender oder Marktpreis plus kleines x. Du weißt aber nie, wer zusagt. Also du kriegst dann ein Angebot und kannst dann sagen, lehne ich es ab, nehme ich es an, aber du weißt letztlich nicht, wer dahinter steht. Das ist eine gute Frage. Also sagen wir mal so, also auch da ist es wieder, kommt es vielleicht ein Stück weit auch auf die Plattform an, auf der ich mich bewege. Da wird wahrscheinlich auch das Netz genug, sagen wir mal, an irgendwelche Foren, Portale, Informationen liefern, um einschätzen zu können, ob ich mich jetzt auf einem legalen Portal bewege oder aber, ob ich irgendwo im Darknet unterwegs bin. Also um es mal ganz plump zu formulieren. Dann ist eigentlich schon klar, wohin die Reise geht. Der Erwerb von Bitcoins als solcher ist auch nicht per se eine Geldwäsche. Definitiv nicht. Also wie gesagt, das Volumen, welches über Kryptowährungen gehandelt wird, weltweit ist im Vergleich zum Gesamthandel relativ gering. Also das ist die überwiegende Anzahl der Transaktionen, die mit Kryptowährungen stattfinden, sind legal. Aber man wird das wahrscheinlich nie ausschließen können. Und das ist ja, da komme ich wieder auf das Thema Pseudonymität zurück, dass man vielleicht auch mal an ein faules Ei gerät. Ja, aber letztendlich weiß man es nicht. Und da sind wir wieder, wenn wir jetzt im Tatbestand des Geldwäschedeliktes sind, im subjektiven Tatbestand, wenn ich es nicht weiß und auch gar nicht will, dann ist es für die Strafbarkeit schon etwas dünn bestellt. Es kommt immer auf die Bewertung der Gesamtfaktoren an. Wenn man mir den Vorwurf machen könnte, dass ich mich tatsächlich jetzt auf einen Handel einlasse, wo es noch weitere Faktoren gibt, die einen hellhörig werden lassen, und das muss jeder dann für sich selber beantworten, dann wird es möglicherweise kritisch, aber ansonsten, das ist ja auch das Modell dieser digitalen Währung, die eben ein Stück weit aufgebaut ist auf diesen Möglichkeiten, dass man eben auch im halbwegs anonymen Bereich agieren kann. Und das ist auch nicht verboten. Ganz im Gegenteil, verboten ist es nicht. Es gibt ja schon Staaten, die teilweise überlegen, ob sie auch tatsächlich eben aktiv Währungen heraus, digitale Währungen herausgeben. Also das ist, das Rad wird man nicht mehr zurückdrehen lassen, und jetzt versucht man eben von der regulatorischen, aufsichtsrechtlichen Seite, das entsprechend einzufangen, dass die Dienstleistung, die Möglichkeiten, die es eben gibt im Digitalen, dass die entsprechend auch den regulatorischen Anforderungen, die es gibt, genügen. Ja, es ist sehr, sehr spannend, wo man da eigentlich relativ schnell auch reinrutschen kann, je nachdem, wenn man aufpasst. Deshalb, ich würde es vielleicht abschließend, wenn du mal noch in zwei, drei Sätzen nochmal, wir haben es jetzt detailliert besprochen, sagen kannst, worauf sollte man als Nutzer einfach am meisten achten, wenn man sich das wirklich verhindern möchte, dass ich irgendwie in dieses Thema Geldwäsche, Verdachtsverfall überhaupt mal reingeraten kann. Was sollte ich auf jeden Fall machen oder was soll ich besser gesagt nicht tun? Also nächstes Mal die Finger vom Darknet lassen, ganz einfach. Die Dienstleistungen, die im Darknet angeboten werden, die sind nicht umsonst im Darknet. Damit würde ich erst schon mal beginnen. Dann, was ich eingangs eben schon sagte, welche Plattformen nutze ich, mit welchen Dienstleistern habe ich es zu tun, wo haben die Dienstleister ihren Sips, haben die stark, wo die Dienstleister ihren Sitz haben, entsprechend die regulatorischen gesetzlichen Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäscher und Terrorismusfinanzierung implementiert. Ja oder nein? Wie streng werden diese Dienstleister kontrolliert? Das sind so die ersten Kriterien, die ich nutzen würde, um vielleicht Spreu vom Weizen zu trennen. Und dann natürlich auch, wenn ich aktiv handele und Transaktionen tätige, einfach mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen. Das heißt also, alles das, was scheinbar schnell ist oder besonders günstig ist, das sollte wie im realen Leben auch zunächst einmal vielleicht ein kleines Störgefühl auslösen, dass man sich das nochmal genauer anschaut. Weil es aber bedingt durch die Eigenschaften dieser Kryptowährung eben auch in Teilen anonym beziehungsweise pseudonym ist, werde ich nie gänzlich ausschließen können, dass ich vielleicht auch mal in eine Situation gerate, die ich vielleicht so nicht wollte, aber das ist im realen Leben genauso. Also Betrügern und Gaunern, die sind überall unterwegs, das ist halt nun mal das Restrisiko, was man hat, aber dass man jetzt dann per se die Finger davon lässt, das sehe ich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, zumal die Entwicklung ja in eine eindeutige Richtung zeigt, das wird immer mehr werden, die der Gesetzgeber, eben der deutsche oder europäische Gesetzgeber, haben ja schon angefangen, entsprechende Gesetze, Verordnungen zu erlassen, um das Ganze eben auch kontrollierbar zu machen und das ist der Trend, das ist die Entwicklung und die ist auch meines Ermessens auch richtig so. Du hast es zu Beginn der Folge angesprochen, es gibt halt einmal den Geldwäsche-Paragraf im StGB und dann gibt es einmal noch das Geldwäsche-Gesetz und das Geldwäsche-Gesetz hat ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, ein bisschen anderen Adressatenkreis, betrifft dann eher die Unternehmen, die Börsen, die Banken und so weiter und so fort. Ohne die Banken und ohne die Finanzdienstleister hat es den Anschein, wenn man sich in die EU hineinversetzt, in den Gesetzgeber hineinversetzt, wird es nicht gehen, oder? Also wir haben das Gefühl, dass diesen Dienstleistungen, diesen Börsen eine sehr bedeutende Rolle zukommt, Aussicht eines Staates zur Bekämpfung der Geldwäsche, Stichwort KYC, Verifizierung, alles was damit zusammenhängt. Siehst du es auch so? Also das sind, das sind, das was du jetzt gerade angesprochen hast, das sind mit originär verpflichtet nach dem Geldwäsche-Gesetz, das sind die, ich nenne sie jetzt etwas untechnisch sogenannten Gatekeeper. Gatekeeper sind alle die, die letztendlich dafür Sorge tragen müssen, dass inkriminierte Vermögenswerte nicht in den legalen Wirtschaftskreislauf geraten. Die müssen bestimmte Vorgaben erfüllen. Du hast es angesprochen mit dem KYC, das ist das neue Customer-Prinzip, was sich zusammensetzt aus den Sorgfaltspflichten und das sind nicht nur Börsen und Finanzdienstleister beziehungsweise die gesamte Finanzbranche, um es etwas abzukürzen, das sind auch im Nicht-Finanzsektor, Güterhändler beispielsweise, Rechtseinwälte wie wir, Notare, Steuerberater, Immobilienmakler, also das ist im Prinzip nahezu alle, die irgendwo am Wirtschaftsleben teilnehmen und wo Vermögenswerte sozusagen transferiert werden, müssen gewisse Sorgfaltspflichten einhalten und das betrifft im Übrigen auch seit einiger Zeit Unternehmen, Dienstleistungen, Finanzdienstleistungsunternehmen, die im Bereich Kryptowährung unterwegs sind und das sind die, die eben sozusagen darauf, das ist das Nadelöhr, worauf sich der Staat und auch die Aufsichtsgehörden stützen, um eben die Möglichkeiten zu nehmen, dass inkriminierte Gelder gebaschen werden können, dass man das einfach kontrollieren kann und man kann es dadurch kontrollieren, indem ich weiß, mit wem ich es zu tun habe, woher kommt ein Vermögenswert, woher kommt eine digitale Währung, woher kommt ein Bitcoin, dann müssen Namen genannt werden, Ross und Reiter muss genannt werden, wie im realen Leben im Übrigen auch und das sind sozusagen die Intermediäre, die Anknüpfungspunkte, wo man eben diesen Missstand der Geldwäsche und auch Terrorismusfinanzierung Einhalt gebieten kann. Irgendwo muss halt mal ein Name fallen, damit ich auch anknüpfen kann, auch als Strafverfolgungsbehörde. Und deiner Erfahrung nach, diese Gatekeeper, sind die erfolgreich bei dem, was sie machen müssen? Also würdest du jetzt sagen, dass dieses KYC-Thema die Geldwäsche nicht unterdrücken kann komplett, aber sie eben eindämmen kann in Deutschland? Also es ist zumindest mal ein Mittel, aber man darf sich nicht den Trugschluss hingeben, dass man da mit diesem Phänomen Herr wird. Solange es Kriminalität gibt, und die wird es immer geben, und solange Vermögenswerte kriminell erwirtschaftet werden, solange wird es auch Geld geben. Das wird man also nie, nie gänzlich eindämmen können. Ganz im Gegenteil, die diskriminelle Milieu, um es mal so zu nennen, wird ja auch immer raffinierter. Die suchen sich natürlich auch Techniken aus, wie sie all die staatlichen Schutzmechanismen umgehen können, wie sie eben sozusagen unter dem Radar bleiben können, dass sie nicht entdeckt werden. und gerade was jetzt die Digitalisierung angeht, was jetzt digitale Währung angeht, da gibt es so viele Möglichkeiten. Wir haben ja eingangs schon darüber gesprochen, wie komplex mittlerweile die ganze Thematik geworden ist, dass man das in Teilen auch nur schwer verstehen kann, auch was IT-technisch dahinter läuft im Übrigen, also das ist ja schon hochkomplex, die ganze Geschichte, wird also auch die dunkle Seite der Macht, muss man so formulieren, sich immer weiterbilden und versuchen Hürden zu überspringen, um eben mit dem, was niemand im legalen Wirtschaftskreislauf haben will, wirtschaftlich reparieren zu können. Also es würde sich kein kriminelles Verhalten lohnen, wenn das, was ich durch mein kriminelles Tun erwirtschafte, ich damit nichts anfangen kann. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja auch diese Serie Breaking Bad gesehen, da gibt es so eine Situation als Walter White in dieser angemieteten Garage auf einem Haufen von Dollars sitzt. Dann braucht du halt erstmal einen windigen Anwalt, der ihm dann erklärt hat, wie das funktionieren könnte. Aber das ist genau die Situation, wenn ich es nicht schaffe, das, was ich unrechtmäßig habe, irgendwie unentdeckt in legale Vermögenswerte umwandern zu können, bringt mir das nichts, dann brauche ich erst gar nicht kriminell zu werden. Insofern ist das eher ein Katze-Maus-Spiel, aber es ist auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe meines Ermessens. Das sind wir alle gefragt. Vielleicht vorher nochmal zu dem Beispiel mit dem Auto. Entweder ich schiebe dem einen Riegel vor, in dem ich nicht jedes Geschäft mitmache, auch wenn ich das Gefühl habe, da stimmt was nicht, oder ich mache willfähig damit, in der Hoffnung, dass es gut wird, muss aber dann letztendlich auch mit den Konsequenzen leben. Du hast gerade Walter White eingesprochen, der das Problem hatte, dieses Geld, das er hat, irgendwie wieder zu legalisieren, in den legalen Wirtschaftskreislauf eben einzubringen. Wenn ich jetzt jemand bin als Zuhörer und ich habe Bitcoin gekauft, ich lege für mich Wert auf Anonymität, ich durchlaufe diesen Mixing-Prozess, habe meine Bitcoin, Bitcoin steigt, ich sage mal willkürlich 200.000 Euro und dann sage ich so, jetzt habe ich genug, jetzt wird es nicht so bunt, ich möchte jetzt verkaufen. Warum auch immer. Stellt mich der Mixing-Service dann im Zeitpunkt des Verkaufs vor ein Problem, weil ich muss ja dann, wenn ich Bitcoin wieder umwandle, auch nachweisen, wo die Mittel hergekommen sind. Also erschwert dieser Mixing-Prozess bei dem, ja bei dieser Einzahlung in Euro auf mein Bankkonto dann eben diese Anforderung, dass eine Bank sagen kann, ich glaube dir nicht, ich glaube dir nicht, dass das wirklich dein Bitcoin ist. Genau, da haben wir wieder die Bank als Intermediär, die sozusagen der Anknüpfungspunkt zum realen Leben ist. Eine Bank ist eine originär verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz und natürlich muss sie fragen, woher kommen die Mittel? So und wenn ich dann in Erklärungsnöte gerate, dann kriege ich das gar nicht so mit, aber dann wird an anderer Stelle geprüft und untersucht, was könnte damit, was könnte es damit auf sich haben. also das ist es eben, wir kommen aus dem realen ins digitale, da gibt es sozusagen einen Eintritt, eine Schwelle, die ich aufsichtsrechtlich an die Zügel nehmen muss, genauso wie aus dem digitalen wieder ins reale, wo dann auch wieder Dritte sitzen, die ich dazu benötige, um eben die digitale Währung in etwas reales umwandeln zu können und die sind dann eben die Verpflichteten nach dem Geldwäsche-Besetz und die prüfen selbstverständlich, ja, ganz klar. Und da, das ist auch in Ordnung so meines Ermessens, also alle die, die kein schlechtes Gewissen haben, sollten damit auch, sagen wir mal, sollten das auch akzeptieren, weil wie ich eben vorhin schon kurz erwähnte, dass meines Ermessens die Bekämpfung von Geldwäsche nicht nur einigen wenigen obliegt, sondern das ist ein, wir wollen alle nicht, dass eine Volkswirtschaft mit inkriminierten Vermögensgeldern oder Vermögenswerten überschwemmt wird, weil, was dann passiert, sieht man beispielsweise in Teilen von Mexiko, wo der Staat sich komplett zurückzieht und organisierte Kriminalität, also sprich Kartelle das Sagen haben, die auch die öffentliche Daseinsvorsorge übernimmt, mit Geldern, die eben konkret aus Drohungen verkäufen kommen und das muss jeder für sich selber beantworten, ob man das will oder eben nicht. Ja, du hast ja gerade diesen Link zwischen Realität und Digitalität angesprochen, den haben wir derzeit ja noch. Wenn wir mal ein bisschen nach vorne springen und wir sagen, Bitcoin wird größer, es wird häufig übernutzt oder alle Kryptowährungen, besser gesagt, und ich zahle auch mit Bitcoin, haben wir dann nicht ein Problem in Anführungszeichen, weil es diesen Wechsel in die reale Welt nicht mehr gibt und dieser Gatekeeper, die Bank, die gar nicht mehr da ist, sondern du kaufst du mir das Haus mit Bitcoin zum Beispiel, dann müsste ich ja persönlich, wäre ich dann der Gatekeeper und sage, okay, ich muss jetzt gucken, wo das Geld herkommt. Hätten wir dann nicht ein größeres Problem bei dem Thema Geldwäsche? Nö, weil beispielsweise konkret bei einem Hauskauf, das wird sich noch nicht komplett digitalisieren lassen, aber da wirst du einen Notar benötigen. Der Notarial beglaube ich, dass der Kaufpreis für das Haus mit Bitcoins gezahlt wird. Der prüft dann natürlich auch. Der hat auch originäre Verpflichtungen zu prüfen, wer jetzt hier am Tisch sitzt. Wer sind die Vertragsparteien und der muss das entsprechend erfassen und der muss Geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten genügen, ansonsten macht er sich eben entsprechend strafbar beziehungsweise zumindest mal fällt sich muss geldwidrig. Und da sind wir wieder beim Gatekeeper. Wenn wir nur im Privaten unterwegs sind, also nur von Privat zu Privat, ohne Dritte, klar, dann ist alles möglich. Ist im realen Leben aber auch so, das meinte ich eben vorhin. Also wenn wir keine Dritte haben, dann könnt ihr mir morgen 20.000 Euro in den Beepkasten werfen und ich sage argtig danke und das war's. Keiner kriegt was davon mit, aber wenn ich die 20.000 Euro, die ich in Bar bekommen habe, irgendwie jetzt mit denen ein Auto kaufen möchte beispielsweise, wird nicht funktionieren, weil der Autohändler prüfen wird, woher kommt das Geld. Wenn ich die 20.000 Euro auch im Bankkonto einzahlen will, wird es so einfach nicht funktionieren, der wird die Bank auch nachfragen, woher kommt das denn. Und so viele Großmütter habe ich nicht, die sterben könnten. Also insofern sind wir da, ist das nicht wesentlich anders als im realen Leben auch. Ich habe in einem anderen Podcast, ich weiß gerade leider nicht mehr, in welchem Podcast das war, gehört, ich meine, das war eine Staatsanwältin, die gesagt hat, in der Zukunft, also wir haben ja dieses Wettrüsten, wir haben auf der einen Seite die kriminelle Seite, die halt immer weiter versucht, ihren kriminellen Machenschaften eben umzusetzen und auf der anderen Seite haben wir natürlich das Gesetz und die Strafverfolgungsbehörden, und die gucken, dass es nicht passiert. Wenn ich die Aussage noch richtig im Kopf habe, war sie sinngemäß so, dass sie gemeint hat, die kriminelle Seite hat viel mehr Mittel, als es so eine normale Strafverfolgungsbehörde hat und sie sieht eher die Gegenspieler, beispielsweise in Form von Blockchain-Analyse- Unternehmen, der sich dann wieder die Staatsanwaltschaft bedienen kann. Also siehst du das auch, dass sich hier so ein drittes Standbein auftut, weil der Staat im Endeffekt dem gar nicht mehr Herr werden kann, überspitzt gesagt? Definitiv, ja. Das kann ich ganz klar beantworten mit Ja, weil die technische Entwicklung so unglaublich rasant ist, so unglaublich schnell ist. Ich meine, Stichwort Chat-GPT, wie schnell wir jetzt in diesem Bereich tatsächlich sind, was künstliche Intelligenz angeht, das wird, ein Staat wird das so selber nicht stemmen können. Wir wissen alle, wie es um die Digitalisierung in Deutschland bestellt ist. Die Strafverfolgungsbehörden hohen Respekt vor ihrer Arbeit, die machen einen tollen Job mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung gestellt werden, aber ganz klar gibt es da, werden künftig unglaublich viele spannende Märkte für Analyseunternehmen entstehen, für Unternehmen entstehen, die in diesem gesamten Bereich Kryptowährung, sonstige Dienstleistungen noch anbieten. Das ist ja eine Entwicklung, die jetzt seit einigen Jahren schon geht, aber natürlich auch in der Entwicklung immer schneller werden wird. Also bin ich felsenfest davon überzeugt. Also wenn da Start-Ups mit innovativen Geschäftsmodellen kommen, je nachdem wie das Geschäftsmodell aufgesetzt ist, prophezeie ich wirklich eine goldene Zukunft, ganz klar. Und im Übrigen werden dann auch Strafverfolgungsbehörden beziehungsweise Staatsanwaltschaften, wie es im Übrigen ja auch schon geschieht, möglicherweise auf Dienstleistungen, aus der Privatwirtschaft zurückgreifen, um eben gewisse Dinge analysieren zu können, prüfen zu können, recherchieren zu können, wie auch immer. Ganz klar, ja. Und würdest du im Allgemeinen auch sagen, dass die Regulierung in dem Thema Geldwäsche vom Staat aus in Zukunft auch weiter zunehmen wird, also dass die Regulatorik noch ein bisschen enger zusammenzieht, weil man eben auch in der Gesellschaft kommt, naja, Bitcoin muss unbedingt eingegrenzt werden, weil das wird nur für Kriminelle verwendet. Ja, definitiv. Entsprechende Bestrebungen gibt es schon auf EU-Ebene. Der Bundesgesetzgeber hat vor zwei Jahren eine sogenannte Kryptowerte- Transferverordnung erlassen, wonach eben Dienstleister im Bereich der Kryptowährung den gleichen Voraussetzungen unterliegen wie Zahlungsdienstleister. Das heißt also bestrebte KYC-Pflichten zu erfüllen haben. Ganz klares ja. Und das wird jetzt mittlerweile auch von EU-Seite verstärkt steuert, weil eben man auch vermeiden möchte, dass diese doch im Moment noch bestehende Zersplitterung in Europa, weil vieles auf Richtlinien fußt und Richtlinien müssen zunächst einmal ein nationales Gesetz umgesetzt werden, bedeutet, da gibt es auch dann in der Interpretation von Richtlinien und Umgestaltung nationales Recht in Europa so ein bisschen Flickenteppich und das versucht man jetzt auf EU-Ebene über weitere Verordnungen sozusagen zu konsolidieren, dass europaweit gleiches Recht gilt. Das macht auch die Märkte insgesamt etwas transparenter und auch den Wettbewerb untereinander fairer, aber mit einem ganz klaren ja, dass die rechtlichen regulatorischen, das rechtlichen regulatorische Korsett definitiv enger geschnürt werden. Manche ziehen sich auf den Standpunkt zurück, dass sie ja in einem hypothetischen Szenario, wenn die Staatsanwaltschaft klingelt oder die Polizei und sagt, so, du hast Bitcoin aus illegaler Herkunft, die möchten wir beschlagnahmen, sich dann einfach auf den Standpunkt zurückziehen könnten und sagen, ich habe die Keys verloren, ich weiß es nicht, ich weiß nicht mehr, wo die sind und haben dann die Annahme, jetzt sind sie salopp gesagt fein raus. Kannst du da was sagen aus deiner praktischen Erfahrung? Weil die, ich glaube, man stellt sich das ein bisschen zu einfach vor, weil die Situation, in der man sich dann befindet, ist ja schon immens. Also ich weiß nicht, wie viele Leute schon mal von einem Staatsanwalt saßen, ich weiß nicht, wie viele Leute schon verhört wurden, aber ganz so einfach ist es nicht. Also ich bezweifle, dass da der Durchschnittsbürger sich so verhalten würde. Was würdest du dazu sagen? Also da wir jetzt strafrechtlich nicht unterwegs sind, sondern eher beraten, was die Umsetzung von Geldwäscheprävention angeht, kann ich dir jetzt kein Beispiel aus unserer Praxis nennen, aber muss man sozusagen das Gefühl zu haben, also ich habe einmal eine Durchsuchung erlebt, da war ich mal tatsächlich live dabei, das ist schon, das ist, ich will es jetzt nicht flapsig sagen, aber das hat schon was groß im Kino, also wenn die Strafverfolgungsbehörden, das LKA oder wer auch immer, wenn die kommen, dann legt man die Ohren an, ganz klar, und dann ist auch der Spaß vorbei, zunächst einmal, und wenn ich das im häuslichen Umfeld erlebe, das reicht schon erstmal, um mal ordentlich nach Luft schatten zu müssen. Wenn ich dann noch, sagen wir mal, obwohl es in einem entsprechenden Beschluss gibt, nicht bereit bin, Passworte oder Ähnliches herauszugeben, dann, ein Beschluss wird ja nicht ohne Hintergrund erwirkt, sondern da gibt es tatsächlich schon im Hintergrund Recherchen, Untersuchungen, die angestellt worden sind, die dann auch eine Behörde dazu legitimieren, Zugriff auf einen Rechner beispielsweise zu bekommen, dann ist schon ein bisschen mehr, was man mir vorwerfen könnte. Also spätestens dann würde ich mir überlegen, ob ich nicht tatsächlich einen entsprechend spezialisierten Anwalt hinzuziehe und erstmal abwarte, wie ich mich dann verhalten muss. nochmal, wenn ich nach bestem Wissen und Gewissen agiere, auch im Digitalen, auch was Kryptowährung angeht, dann passiert nichts, dann muss ich auch nichts befürchten. Aber wenn ich mich anfange, vielleicht weil ich etwas gierig bin, in einem Umfeld zu bewegen, wo sich die Grenzen möglicherweise ein Stück weit verwischen könnten, dann muss ich aber auch am Ende des Tages mit den Konsequenzen leben, sollte es dann schief gehen. Auch wenn ich möglicherweise unverschuldet in irgendwas hineingeraten bin, aber es ist halt immer, je näher ich dem Feuer komme, desto heißer wird es halt etwas absichtlich formuliert. Klar, ich hätte noch eine Abschlussfrage vielleicht auf meiner Seite, die ich mir noch konnotiert hatte, die mich sehr interessiert, weil eines ist das, was Manuel angesprochen hat, dass man doch häufig hört man diese Aussage, naja, wenn da jemand kommt, dann sage ich halt einfach nichts. Das andere, und du hast ganz, ganz am Anfang auch angesprochen, Bitcoin ist digital, das heißt also Bitcoin kann ich in einer Sekunde von heute jetzt sofort nach Tokio oder nach El Salvador schicken. Hat das auch in Zukunft Auswirkungen auf das Thema Regulatorik im Geldwäschegesetz Sichtpunkt, weil ich ja sagen kann, ich habe jetzt hier Geld eingenommen, die aus illegalen Tätigkeiten kamen, im deutschen Strafbestand natürlich, schickt die jetzt aber nach El Salvador und kauft mir dort wiederum ein Haus. Da hat ja dann der deutsche Staat keinen Zugriff mehr darauf und es ist relativ einfach, das auch nach El Salvador zu schicken. Kann das auch so ein Punkt werden, der sehr interessant wird in Zukunft? Ich meine, wenn ich meine Zelte in Deutschland abbrechen will und nach El Salvador ziehe, dann interessiert mich das deutsche Recht ohne ihn nicht mehr. Dann, 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 also nochmal, ich glaube, dass wir drei sind, haben, legt nicht so viel Fantasie, um so alle die ganzen kriminellen Möglichkeiten, die es gibt, durchspielen zu können. Da fehlt uns einfach, ja, die kriminelle Energie und auch Fantasie und das ist auch ganz gut so. Manu, du bist ja auch, hast ja gesagt, Jurist, das Gesetz kann immer nur ein abstraktes Abbild der Lebenswirklichkeit sein. Alle Fälle, die denkbar sind, lassen sich im Gesetz nicht abbilden. Es ist immer abstrakt und das Geldwäschegesetz, wie gesagt, ist ein Aufsichtsgesetz, das reguliert Intermediäre im Bereich der Geldwäscheprävention. die haben bestimmte Verpflichtungen, um nach Möglichkeit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Was ich als Privatmensch mache, das erzieht sich jeglicher Aufsicht, weil ich nicht im Scope, wie es so schön heißt, des Geldwäschegesetzes bin. Ich bin kein verpflichtetes Individuum nach dem Geldwäschegesetz, das gibt es nicht. Bin ich eher im Straftatbestand der Geldwäsche unterwegs. Was ich da mache, ist meine eigene Verantwortung. Und wenn ich quasi Gelder unbekannter Herkunft schnellstmöglich nach El Salvador transferiere, dann weiß ich ja auch, warum ich das tue. Dann ist es vielleicht tatsächlich an der Zeit, dass ich dann auch das Ticket buche, um nach El Salvador zu kommen. Ja, klar. Wie es dann weitergeht, ob es dann vor Ort wieder Probleme gibt und was weiß ich, Aushilfe gesucht etc. pp, da bin ich jetzt absolut raus. Aber auf der anderen Seite, ich meine, das ist ja auch so ein Phänomen bei der italienischen Mafia. Irgendwann zieht man sich mal als Alter etwas schlapzig jetzt formuliert Gangster zurück und möchte in Ruhe leben und nicht immer über die Schulter gucken. Habe ich da möglicherweise jemand, dem ich in der Vergangenheit auf die Füße getreten bin, der noch was von mir will oder weil gegen mich noch ein Haftbefehl vorliegt. Letztes, das war auch dieses Jahr, wo sie einen Obermafiosi, weil er gesundheitliche Probleme hatte, festgenommen haben. Das hat ihn nichts hinterher gebracht. Er hat Jahrzehnt im Untergrund gelebt und jetzt haben sie ihn wegen gesundheitlicher Probleme, haben sie ihn schnappen können und jetzt die restliche Zeit verbringt er dann als alter Mann im Gefängnis. Ich weiß nicht, ob das das alles wert ist. Ganz ehrlich. Gut, dann würde ich sagen, Oliver, es war eine sehr, sehr, sehr spannende Folge. Es war sehr, sehr, sehr einsichtsreich, um ein bisschen das Geldwäsche-Thema aufzurollen, was da wirklich dahinter steckt, was passieren kann, was nicht passieren kann, was man machen kann, um das zu verhindern. Und deswegen würde ich sagen, Oliver, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat echt sehr viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank. Ja, großartig. Viel Erfolg mit eurem Format. Echt cool, weiter so. Danke und wir wünschen dir weiterhin alles Gute und vielleicht sehen, hören wir uns irgendwann mal wieder und ja. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Und nun bedanken wir uns wie immer dafür, dass ihr auch diese Woche wieder zugehört habt und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Zudem würdet ihr uns sehr unterstützen, wenn ihr auf Spotify oder Apple Podcasts eine Bewertung abgebt, wenn euch unsere Inhalte gefallen. Ansonsten könnt ihr uns gerne Fragen, Anregungen oder Kritiken per Mail oder Twitter zukommen lassen. Alle Kontaktinfos findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao. Tschüss. ally真的 neue diagnosed mit Bildiä against 타민